Die Zeichen haben wir übrigens getroffen, plus minus, was unsere Zuschauer geschrieben haben. Absolut legitim, wenn man farbenblind ist. Jetzt gibt es natürlich gelb und grün und rot. Deshalb haben wir ein gutes Zeichen und ein gutes Zeichen. Thomas, du kennst grün und rot. Du bist der, der am meisten grün zeigt. Ich bin nicht sicher. Das sind, glaube ich, sehr wohlwollende Fragen heute Abend. Champions Hockey League gibt es sicher noch sechs Jahre. Aufhaben. Hast du einen? Nicht sicher. Du hast gefragt, sicher. Der Seitenheib von Martin. Da bin ich absolut sicher. Marc Glütti ist das grosse Vorbild von Martin Baumann. Sehr schön. Nächstes Jahr ist KHL sicher dabei in der Champions Hockey League. Ich wünsche es euch. Ist dabei. Jetzt bin ich mit sicher raus, Martin. Ist dabei. Die Chance, dass KHL dabei ist, ist da. Da darfst du nicht. Da darfst du nicht anders. Das wäre ganz schlecht. Das wäre natürlich eine super Sache, wenn du das so herbringen kannst, wenn man sich einigen kann. Der Hockey League. Every Wednesday at 19 p.m. Only on SportalHD.com